Gute Straße? Ja, es gibt in Dänemark so alte Betonplattenstraßen. Und wenn man da nicht alles richtig in den Schränken einsortiert hat, dann sollte man aufpassen. Bevor man die aufmacht, Hände drunter halten. Fährt man hier ein wenig durch die Walachai? So, wir fahren jetzt zur größten Wanderdüne. Ich dachte die Tage, das wäre die größte gewesen, aber es war wohl die zweitgrößte. Und diese Rabiak Mill ist wohl die größte. Und da kann man auch die bewandern. Da oben sind auch schon viele Leute. Ich denke hier vorne sehe ich auch schon ein Wohnmobil stehen. Da kann man noch ein Stück parken. Ja, dann schauen wir mal. Ruhige Musik Ruhige Musik Ruhige Musik Ruhige Musik Was? Ein wenig Sand, das hier ist. Guck dir das an, wie fein der ist. Zeig! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020